Hallucinate – Dateien in Bildern verstecken Dateien vor unbefugten Personen zu schützen ist oftmals umständlich und bietet nicht den Schutz, den man sich vorstellt. Doch wer von Ihnen würde schon in einem Bild nachsehen, ob sich eine Datei dahinter verbirgt? Wie Sie das erreichen, sehen Sie nun. Geben Sie zuerst folgende Adresse ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Download Now, um den Kopiervorgang einzuleiten. Wie Sie nun sehen können, kann Windows die Datei nicht öffnen. Es wird eine andere, sogenannte Laufzeitumgebung benötigt. Um genau zu sein, ist zur Ausführung von Jar-Dateien eine Java-Umgebung notwendig. Um diese zu erhalten, öffnen Sie Ihren Webbrowser und besuchen java.com. Klicken Sie auf Downloads und die verschiedenen Dateien werden Ihnen angezeigt. Mit einem anschließenden Klick auf die Schaltfläche kostenloser Java-Download leiten Sie den Kopiervorgang von JRE, JVarantine Environment, ein. Führen Sie die heruntergeladene Datei aus und der Installer lädt die restlichen Dateien aus dem Internet herunter. Der Vorteil dieser Software, so wie jeder Software, die auf Java basiert, ist, dass sie auf jeder Plattform funktioniert, sei es jetzt Windows, Mac oder Linux. Sie sehen auf dem Desktop ein Textdokument mit dem Namen Hallo Welt und eine Bilddatei, die einen Eisberg darstellt. Wir versuchen nun mithilfe von Hallucinate das Textdokument im Bild zu verstecken. Öffnen Sie dazu das Programm. Sie sehen nun die Oberfläche des kleinen Programms. Input-File gibt die Datei an, welche Sie im Bild verstecken möchten. Klicken Sie auf Browse, um eine Datei auszuwählen. Wir wählen die Ihnen vorhin gezeigte Textdatei aus. Im Dropdown-Feld Image Quality können Sie die Qualität des Bildes festlegen. Input-Image gibt die Bilddatei an, in der die Datei versteckt werden soll. Size-Available zeigt Ihnen die maximale Größe an, die Ihre Datei haben darf. Size-Needed zeigt Ihnen die Mindestgröße des Bildes, um die Datei zu verstecken, an. Schlussendlich legen Sie mit Output-Type noch den Dateityp fest, in dem die neue Datei gespeichert werden soll. Klicken Sie anschließend auf Encode, um die Dateien zu vereinen. Nach der Eingabe eines Dateinamens und Klicken des Speichern-Buttons ist die Datei gespeichert. Wie Sie nun sehen können, unterscheidet sich der Eisberg nicht vom Original. Doch wie kann man nun die Datei wieder sichtbar machen? Das ist ganz einfach. Wechseln Sie vorerst wieder in das Hallucinate-Fenster. Klicken Sie auf die letzte Schaltfläche Browse und wählen Sie die verschlüsselte Bilddatei aus. Bestätigen Sie nun die Schaltfläche Decode, geben Sie einen Dateinamen ein und bestätigen Sie das Fenster mit Speichern. Sie haben nun gesehen, dass eine neue Datei erstellt wurde. Diese ist jedoch typenlos. Da wir wissen, es handelt sich um eine Textdatei, öffnen wir diese einfach im Editor. Und tatsächlich beinhaltet die Datei denselben Text wie unsere Originaldatei. Fazit Dieses kleine Programm ist gut zur Geheimhaltung von bestimmten Dateien geeignet. Einen großen Nachteil stellt die Tatsache dar, dass es nur für kleine Dateien möglich ist und die Dateiendung beim Entschlüsseln verloren geht. Wir wissen, dass wir die Übons und die Dateien circuliert haben. Vielen Dank.